Bevor du dir dieses Video anguckst, ein kleiner Disclaimer vorweg. Das hier ist keine Anlage oder Finanzberatung. Ich präsentiere euch auf meinem Kanal lediglich meine eigene Meinung. Ich bin kein Experte. Alle Infos in diesem Video dienen zur Unterhaltung und können absolut falsch sein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Aktienkong. Wir sprechen heute mal wieder über AMC. Unter dem Deckmantel der Langeweile arbeitet die Maschinerie von AMC auf Hochtouren. Auch wenn das gerade schwer auszuhalten ist, die letzten Tage und Wochen bewegt sich da viel. Ich werde mal hier einen kurzen Reddit-Beitrag zusammenfassen, wo wir stehen und was da alles im Hintergrund passiert. Auf Nummer 1 unser guter Trey hatte eine Herzoperation und es geht ihm soweit gut. Keine Riesenauswirkung für AMC. Trotzdem wünscht man ihm natürlich alles Gute. Die TCC 2021-005 ist in Kraft. Das verhindert, dass Aktien mehrfach geliehen werden. Also eine Aktie darf nur einmal geliehen werden. E-Trade, ein weiterer Broker, erhöht seine Margin-Anforderung für AMC auf 800%. Hier könnt ihr es sehen, die Anforderungen für GME und AMC liegen bei 800%. Robinhood muss 70 Millionen US-Dollar an FINRA zahlen, da sie eine Schlüsselrolle im Januar gespielt haben und Käufe gesperrt haben. Den durch Turbulenzen um hochgeschossenen Aktien von US-Firmen wie GameStop und AMC in die Kritik geratenen Wertpapierbroker Robinhood kommen frühere Regelverstöße teuer zu stehen. Wegen Irreführung von Kunden zu lascher Kontrolle bei rasanten Börsenwetten und technischer Pannen zahle das Unternehmen bei einem Vergleich fast 70 Millionen Dollar, teilte die US-Finanzaufsicht FINRA Mittwoch mit. AMC konsolidiert zwischen 50 und 65 Dollar für einen ganzen Monat. Überall in den Medien kann man drüber lesen, dass AMC ein Pump-and-Dump-Schema ist, was natürlich nicht so ist, wie wir wissen. Fast eine Billion in Reverse-Repos. Falls ihr nicht wisst, was das ist, ich werde hier eine Seite verlinken, da könnt ihr das nochmal im Detail alles nachlesen. Ich lese mal hier kurz ein paar Sachen vor. Ein Repo-Geschäft, auch bekannt als Rücklaufvereinbarung, Repurchase Agreement oder Repo, bezeichnet eine Transaktion am Finanzmarkt, die darauf beruht, dass ein Wertpapier verkauft und zu einem späteren Zeitpunkt zurückgekauft wird. Mittels Repo-Geschäften können sich Fonds, Banken und andere Marktteilnehmer kurzfristig finanzieren. Warum für Repo-Geschäfte insbesondere die Zentralbanken essentiell sind, wird in diesem Artikel erläutert. Repo-Geschäfte stehen in erster Linie Finanzinstituten zur Verfügung. Als Gegenpartei treten unter anderem diverse Zentralbanken, somit auch die EZB und die FED auf. Für die Zentralbanken sind Repo-Geschäfte ein mögliches geldpolitisches Instrument zur Steuerung der Liquidität im Markt. Es können auch Nicht-Banken wie beispielsweise Hedgefonds als Käufer für ein Repo-Geschäft zur Verfügung stehen. Die Zentralbanken nehmen jedoch die Aufgabe wahr, jene Liquidität bereitzustellen, die andere Marktteilnehmer nicht bereitstellen können oder wollen. Auf diese Art und Weise beugen sie sich einem Liquiditätskollaps der Finanzsystems vor. Ja, 992 Milliarden US-Dollar, unvorstellbare Summe. Adam Aaron, unser CEO, versucht gerade Wandelanleihen für AMC zu sperren. Diese haben die Hedgefonds benutzt, um sie zu shorten. Und zwar geht es da um 200 Millionen Aktien, die denen zur Verfügung standen. Hier mal ein kurzer Cut, sorry dafür, ich habe das erst hinterher eingefügt. Ich wollte euch mal kurz zeigen, wie ich vermute, wie das gelaufen ist. Und zwar unser guter Adam Aaron hat Wandelanleihen an eine Bank gegeben. Er hat dafür Kapital bekommen und die Bank hat dafür Gebühren kassiert. Allerdings waren die Gebühren sehr niedrig, wie ich gelesen habe, unter 3%. Und die Bank wollte sich natürlich ein bisschen mehr daran bereichern, hat die Wandelanleihen dann in Aktien konvertiert und diese dann weiterverliehen und sehr vermutlich an Hedgefonds wie Citadel und dadurch auch noch Gebühren kassiert. Also quasi doppelt Profit geschlagen. Die einzige Voraussetzung für diese Wandelanleihen ist, dass wenn die Firma bzw. der CEO, der sie rausgegeben hat, sie wiederhaben möchte, die dann auch bitte gefälligst wieder zurückgegeben werden. Das Short Interest für AMC liegt bei 19,18%. Zum Vergleich, als AMC 72 Dollar erreichte, war das Short Interest bei 17,47%. AMC hat es auf die Liste der Threshold Securities am Freitag geschafft. Heute ist der vierte aufeinanderfolgende Tag, an dem AMC dort gelistet ist. Wenn AMC 13 aufeinanderfolgende Tage auf dieser Liste verweilt, werden die Hedgefonds gezwungen, alle Short Aktien zu covern. Und das würde unseren sogenannten MOAS auslösen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich werde alle Links, die ich hier benutzt habe, in die Videobeschreibung packen. Ja, mir ist aufgefallen, dass weit über 90%, ich glaube sogar 97% meiner Zuschauer hier noch nicht abonniert haben. Ich würde mich freuen, wenn die Zahl etwas kleiner würde und ihr fleißig abonniert. Und dann kann ich nur sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und tschüss.